Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Gestern hatte unsere Mannschaft ein Testspiel gespielt gegen den SSV Ulm und es gab ein erfolgreiches Ergebnis mit dem 4 zu 2 und danach auch durchaus Lob von unseren Spielern, von unserem Trainer, auch für unsere Spieler. Und darauf blicken wir natürlich auch nochmal heute. Zudem vor allem auch auf Tobias Mohr, der erneut in einer eher neuen Rolle glänzen konnte und wir reden natürlich auch über Terrode, Seguin und Brunner, ob die möglicherweise länger ausfallen könnten. All das und mehr haben wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Legen wir also erstmal los mit dem Blick auf das gestrige Testspiel, was wir auch sicherlich etwas ausführlicher beleuchten können, weil man es ja leider nicht auf YouTube beispielsweise verfolgen konnte. Gestern war ja Schalke zu Gast beim SSV Ulm. Es war eine lange Anreise für unsere Mannschaft. Es waren sehr, sehr hohe Temperaturen am Freitagabend und zudem auch noch ein formstarker Gegner aus der dritten Liga und Schalke konnte die Ulmer mit 4 zu 2 besiegen. Es war ein Testspiel, was ich eben dadurch auch nicht sehen konnte. Ich habe sicherlich, wie viele von euch auch, über Instagram beispielsweise die Tore sehen können, vielmehr aber nicht und deswegen beziehe ich mich jetzt hier nur darauf, was beispielsweise die Watz so getickert hat über das Spiel und dadurch kann man sicherlich aber auch schon einen ganz guten Eindruck davon bekommen, was eben so los war. Ich habe auch einige Kommentare eben von den Schalkern gelesen, die gestern vor Ort waren und das hat sich auch durchaus gedeckt mit den Meldungen der Watz. Denn in der ersten Heimzeit hat sich Schalke durchaus schwer getan. Ralf Fährmann, der Spielpraxis sammeln durfte, der hat sich dort mehrmals ausgezeichnet und Schalke davor bewahrt, in Rückstand zu geraten. Es hat ein bisschen gedauert, bis Schalke dann tatsächlich auch nach vorne gute Akten erlätzen konnte und dann war es nach Vorarbeit von Derry John Merkin, wie schon gegen Wiesbaden, Tobias Mohr mit dem Tor, diesmal mit einer schönen Direktabnahme am langen Pfosten mit dem rechten Fuß, war auf jeden Fall ein echt schickes Tor, was man dort so nach Vorlage von Merkin gesehen hat. Und nach der Pause, da gab es dann wirklich auch ein Offensivfeuerwerk von unseren Schalkern und das kennt man ja eigentlich so gar nicht. Denn in Minutentakt gab es wohl mehrere Chancen für unsere Mannschaft. Immer wieder ging es vor allem auch über die rechte Seite und mehrfach fielen eben auch dann Tore. Zunächst war es Niklas Castelle aus unserer U23 mit einem sehr schönen platzierten Abschluss nach 50 Minuten. Dann erhöhte Sebastian Polter nach 59 Minuten per Foul-Elfmeter und Soichiro Kusuki nach 63 Minuten und damit vier Tore in gerade mal 20 Minuten und das ist sicherlich echt eine starke Bilanz. Und da hat man auf jeden Fall gesehen, dass wir offensiv schon auch durchaus Potenzial haben. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, dass es gegen einen etwas schwächeren Gegner war und wir selber auch dann defensiv auch ein paar Fehler gemacht haben. Denn ein Foul von Danny Latza verursachte einen Elfmeter, den Lukas Röser zum 1 zu 4 versenkte und kurz vor Schluss traf er dann auch nochmal zum 2 zu 4. Und dadurch war es natürlich ein torreiches Spiel, wo es hin und her geht, wo es auch teilweise mal wild und hitzig war. Und ja, auf jeden Fall konnten sich hier auch einige Spieler durchaus in den Fokus spielen. Und ich denke mal, das war eben auch durchaus wichtig. Sebastian Polter, der hat auf jeden Fall nachher nochmal gelobt, vor allem auch bedingt durch die lange Anreise, dass es ein gutes Spiel war. Das ist schon etwas Besonderes, wenn man auf diese Weise am Spieltag anreist. Aber unsere Fans und wir erwarten von uns, dass wir trotzdem mit der gleichen Leidenschaft und Engagement zur Sache gehen. Das hat die Mannschaft gemacht. Und Sebastian Polter hat auch wirklich nochmal jedem Spieler ein großes Kompliment gemacht, dass man eben auch von Anfang bis Ende das gut durchgezogen hat. Thomas Reich selber, der war auch zufrieden, vor allem eben auch, dass keine Verletzungen hinzugekommen sind. Und hat aber auch nochmal bilanziert, dass natürlich vor allem noch die erste Halbzeit nicht optimal ist. Ein so langer Tag mit früher Anreise ist nicht ohne. Man hat auf dem Platz auch gemerkt, dass wir ein bisschen Anlaufzeit brauchten. Und genau so war es ja eben auch. Und für Reis lag das auch unter anderem daran, dass man dem Gegner auch zu viele Räume in der ersten Halbzeit gegeben hat. Und zudem hatte man aber auch eben selber dann mal das nötige Glück, um mit 1 zu 0 in Führung zu gehen. Und damit konnten vor allen Dingen auch Tobias Mohr, Soichiro Kuzuki und Sebastian Polter sich in Szene setzen. Kuzuki hatte immer wieder richtig gute Dribblings mit dabei, hat ja auch ein Tor erzielt. Sebastian Polter hat wichtige Spielpraxis gesammelt, vor allem noch den Körper haben wir wieder sehr, sehr gut reingestellt. Und Tobias Mohr traf im zweiten Spiel in Folge. Und Thomas Reis zeigte sich auch wirklich zufrieden mit seiner Offensive. Die Tore waren wirklich schön herausgespielt. Auch diese Frische hat uns gut getan, hat Reis auch nochmal betont, dass man eben auch durch die Wechsel in der zweiten Halbzeit ja auch gute Spieler nochmal reinbringen konnte. Denn grundsätzlich hatten wir ja in der ersten Halbzeit schon nahezu eine Startelf, die man sich auch so ungefähr gegen Magdeburg vorstellen könnte. Fand ich auf jeden Fall ganz gut. In Halbzeit 2 wurden eben dann beispielsweise Kuzuki, Lazza, Castelli noch eingewechselt. Auch Tomasz Kalasz kam übrigens zu seinem Debüt für Schalke. Und somit kann man auf jeden Fall sagen, es war ein gelungenes Testspiel. Gilt es auf keinen Fall über zu bewerten. Wir haben gegen einen Drittligisten gespielt, gegen einen Aufsteiger. Und nicht mehr, nicht weniger. Trotzdem natürlich nicht verkehrt, das Spiel immerhin gewonnen zu haben, um eben auch Erkenntnisse zu gewinnen. Und erst recht natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Und einer, der sicherlich Selbstvertrauen getankt hat, das ist Tobias Mohr, der im zweiten Spiel in Folge für uns getroffen hat. Bislang hat es ja noch nicht so richtig funktioniert für Tobias Mohr auf Schalke. Für viele und auch für mich war er ja auch deswegen durchaus in diesem Sommer ein Abgangskandidat. Aber zu einem Transfer kam es ja nicht. Tobias Mohr selber, der war auf jeden Fall gestern wirklich glücklich darüber. Und hat auch nochmal klar gemacht, es wäre schön, wenn es in den kommenden Wochen so weitergeht. Denn Tobias Mohr hat gestern erneut von Beginn an gespielt und, wie man eben auch lesen kann, eine wirklich gute Leistung gezeigt. Und Mohr hat eben auch nochmal erklärt, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen wollte als in den vergangenen Wochen. Und das ist vor allen Dingen eben auch nach dem Seitenwechsel wirklich gelungen, als man die Partie dominieren konnte. Und dann eben auch noch mehrere Chancen hatte, weitere Treffer zu erzielen. Und dann war es ja eben auch Tobias Mohr, der kurz vor der Pause das Tor erzielt hat. Und für ihn war es eben auch sehr, sehr wichtig, diesen Treffer zu erzielen, obwohl es ja sogar mit seinem eher schwächeren rechten Fuß war. Wenn ich an die bisherigen Treffer in meiner Laufbahn zurückdenke, dürften mit rechts fast so viele dabei gewesen sein wie mit links. Hat er auf jeden Fall nochmal erklärt, dass er auch kein Problem damit hat, über die rechte Seite zu kommen und in dieser neuen Rolle er vielleicht sogar umso mehr überzeugen kann. Denn dadurch kriegt Tobias Mohr womöglich auch nochmal deutlich mehr Freiheiten. Ich habe auch in der Vergangenheit schon mehrfach auf der rechten Seite gespielt. Für Außenstehende ist das vielleicht ungewohnt, für mich hingegen nichts Neues. Ich habe in der Rolle einige Möglichkeiten. Ich kann außen vorbeigehen und flanken, kann abkappen und flanken, kann in die Mitte ziehen oder auch Räume schaffen. Mir kommt das gelegen. Ich komme da gut zurecht. Und bislang haben wir ja eben auch Tobias Mohr vor allem auf der linken Seite gesehen. Dort hat es ja nicht so wirklich funktioniert. Vielleicht klappt es nun in den kommenden Wochen auch er als Rechtsaußen. Wäre ihm sicherlich zu wünschen und uns natürlich auch. Denn wir brauchen gute Flügelspieler. Wir brauchen Tore und Vorlagen über diese Seite. Und da wäre es natürlich nicht verkehrt, wenn Tobias Mohr dann doch auf einmal noch auf Schalke überzeugen könnte. Und das hofft er auf jeden Fall auch. Ich möchte dranbleiben, an weiteren Treffern beteiligt sein und somit der Mannschaft helfen. Und auch wenn Tobias Mohr auch vollkommen zu Recht in den letzten Wochen kritisch gesehen wurde, hat er wohl auch deswegen gute Chancen, gegen Magdeburg erneut in der Startelf stehen zu können. Und dann wohl eben auch auf der rechten Flügelposition. Und gestern haben sich ja dann schon auch ein paar Fans über die Startelf gewundert. Denn es war ja schon so, dass Thomas Reis größtenteils auf eine mögliche Startelf eben auch gesetzt hat, die man gegen Magdeburg so ungefähr ins Rennen schicken könnte. Klar, Schallenberg hat gespielt, fehlt gesperrt. Ein Fährmann wird sicherlich nicht spielen. Aber trotzdem war es ja schon im Großen und Ganzen eine mögliche Startelf. Vor allem auch in der offensiven Dreierreihe, in der Abwehr. Und trotzdem fehlten eben auch dort drei weitere Stammspieler mit Paul Seguin, Cedric Brunner und Simon Terodde. Und weil man ja auch zuvor in den Tagen nichts dazu gehört hat, warum die auf einmal dann doch nicht mit in Ulm waren, gab es von Thomas Reis nachher nochmal gegenüber der Batz zu allen dreien eine Erklärung. Paul Seguin hatte nämlich Rückenschmerzen, wie Thomas Reis erklärte, auch Verspannungen. Und deswegen hätte es keinen Sinn gemacht, hier eine lange Zugfahrt und Busfahrt zu haben. Das wäre einfach nicht förderlich für seinen Rücken gewesen. Ich denke mal, dadurch macht das auch vollkommen Sinn. Gegen Magdeburg dürfte Seguin auch wieder eine Option sein. Wäre sicherlich auch nicht verkehrt. Denn ich fand vor allem auch gegen Wiesbaden Seguin in der etwas defensiveren Rolle, hat er dort eher den Sechser gegeben, wirklich gut. Und weil ja eben auch Schallenberg gegen Magdeburg rot gesperrt fehlt, wäre es schon sehr, sehr wichtig, dass Seguin da fit ist. Und Cedric Brunner, der hat sich im Training einen Hexenschuss zugezogen. Auch dazu hat sich Thomas Reis dann nochmal geäußert. Bei ihm ist es wichtiger, dass er nächste Woche einsteigt, statt diese schwere Reise mitzumachen. Also auch dort liegt es durchaus am Rücken und interessant war es, dass Simon Terodde, unser Kapitän, unter muskulären Problemen in der Wade leidet. Und hört man dann eben auch muskuläre Probleme? Ich glaube, da stockt auf jeden Fall vielen von uns der Atem. Thomas Reis dazu nochmal. Deshalb mussten wir ihn auch im Training rausnehmen. Sie ist verhärtet. Da wollten wir kein Risiko eingehen. Und somit könnte es auf jeden Fall sein, dass alle drei gegen Magdeburg wieder fit sind. Es könnte aber auch leider genauso gut sein. Und das wäre auch typisch Schalke, wenn sie dann doch ein, zwei Spiele fehlen werden. Ich denke mal, bei Paul Seguin sieht es sicherlich am besten aus, dass er wieder gegen Magdeburg spielen könnte. Ein Hexenschuss bei Cedric Brunner kann natürlich dann auch wieder weggehen bis dahin. Ja, und bei Terodde mit diesem Wadenproblem, mit muskulären Problemen, bin ich dann auf jeden Fall immer so ein bisschen vorsichtig, weil wir es ja schon oft genug erlebt haben, dass man dann doch auf einmal etwas länger ausfallen könnte. Und weil wir natürlich auch nochmal auf Schalke sind, wo sowas als recht möglich ist, hoffe ich auf jeden Fall mal, dass hier dann nichts Schlimmeres mit dabei ist und wir nicht noch drei weitere neue Verletzte haben. Deswegen nochmal hier an alle drei an dieser Stelle gute Besserung. Hoffentlich sind sie gegen Magdeburg dann eben auch wieder mit dabei. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zu den aktuellen S04 News und zum Testspiel gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.